genau und sven gefällt dir dein haus nein aber philipp gefällt seinem haus oder sein haus doch bestimmt ja ach mir meins oder wenn der deins ja mein haus gefällt mir ich habe das nämlich mal auf einem server gesehen was ist da so ein ähnliches gebaut guck was du etwa was ab ja nicht so genau also das mit denen ja ganz schöner bau fuchs hier ne das ist noch nicht fertig natürlich mal ein bau ist mein zweiter name also mein zweiter dritter und vierer aha wird ja klein und bescheiden nicht so wie meins ich brauche nicht viel ich brauche nur geld du weißt gar nicht wie mein keller nachher wieder aussieht also bitte auch wenn man hier schön teich meiner lundin war noch mal bei dem sven rein ohne als er es merkt stück holz danke da lüftet es aber durch die fenster an den türen die sind nur halb da lüftet es aber durch die fenster bei den türen junge die schnauze da lunster durch seinen gitterkäfig da ist ein psychopat der sowas umgeschnallt bekommt die fenster bei den türen die schnauze ach runterfallen ich gehe da mieser oberbau jungen bettel ok ich mache abgang während wir hier reden schneide ich die ganze folge vom letzten mal das ist aber schön ja ich weiß ganz schön freizügig hier so was kann man denn da hinbauen ein beamer boah mein lehrer heute wurde gerade beamer saßt ne die sagen so haben sie das und das geguckt ne er hat keinen fernseher und wir so hä ok ja und wie leben sie denn so ohne fernseher im 21. jahrhundert ja ich habe nur so ein 3d beamer da sieht man es wieder lehrer sind alle reich ich habe nur ein 3d beamer tut mir leid manche haben es auch echt so richtig verdient zu sterben einfach einfach mal volle kanne draufhauen kein holz mehr oder was habe ich alles verbraten hier will jemand schwarzeichenholz ich tausche es wie hast du es gerade genannt old awkward ne so hast du es ja nicht genannt ist es denn kein schwarzeichenholz was ist es denn grün pink 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 Stille Pümmel Ich muss dann mal wieder auf Holzsuche gehen Tja, aber erstmal wird es dunkel Morgen gehe ich Ich tue jetzt so lange rechte draufklicken bis es geht Wie denn was eigentlich? Äh, das ist 20.35 Uhr Oh, noch 25 Minuten Was? Noch 25 Minuten Ja Dann ist Aufnahmeende Warum das denn? Ein Stündchen Du faule Sau, Alter Das ist immer auch immer Stunde und dann Dann brauche ich nicht so viel schneiden Quick Recording Genau Ich muss viel mehr schneiden als du Weil ich noch die ganze Kacke Ja, die Kacke Daisy Ja, habe ich auch noch Habe ich schon Ne, habe ich schon Habe ich Finde ich Ja, habe ich noch Und niemand bezahlt euch Das ist doch so traurig Lass mal pennen Liege Ich auch Tito Ach, nice Gehen wir mal auf Holzsüche Noch schnell ne zweite Axt gemacht Es werden ne Zahl zwischen 1 und 100 5 Okay, warte 1, 2, 3, 4, 5 Ja Das ist ein Drehbuch Willen Pfeffer sprayen Ja Nein, mein Birkenholz geht zur Neige Weißt du was richtig zur Neige geht bei mir? Oh mein Jesus Kohle, Kohle Kohle, Kohle Neben mir Es ist ein Busch In die Busch In die Busch Hallo Spinnen Ketten, 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 Ketten Das müsste genug Licht sein Damit ich alles Sagte ich Bevor ich draufgehe So Bisschen Holz klopfen Ja Knock on Wood Brauch jemand ein bisschen Holz Rauch oder hart Rauch 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 Kohle Stark Macht dir welche aus Holz? Na, mehr Gleich Ist besser Einfach natürlich Ja